Jawohl! Es ist Deutsche. Ich kann spreche nur ein bisschen Deutsch, darum dass das habe ich es im Schule gelernt. Ich bin christlicher und finde ich Lutheran Kirche. Und? Und? Ich sage, was ist es? Was ist das hier? Es ist ein Nippeli. Es ist ein Hassu-Juttu. Was? Was ist los? Was? Wah, 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 wih, wah. So, guten Tag, Jahre. Na alles.